Ach man, du Ecken! Hurensohn! Vielleicht kommen wieder meine Nachbarn? Jo meine Kartoffel-Funde und willkommen zu einer Folge Call Of Duty Modern Warfare Ja, das Video kam eigentlich recht gut an und ich habe seitdem irgendwie nichts mehr in die Richtung gemacht und deswegen habe ich mir gedacht, gut, laufen wir mal eine Granate. Schauen wir doch mal, wie es diesmal wird. Ich habe mir überlegt, kann man ja mal wieder bringen, ich meine, da spricht ja nichts gegen und immer das gleiche ist natürlich meiner Meinung nach auch langweilig. Ja, die Runde hat hier gerade angefangen und ich glaube, diese hier wird etwas schneller. Vorbei sein als die letzte. Aber schauen wir einfach mal. Egal, da ist er! Gut, wenn man Crouchen will und auf C drückt, äh, auf Y drückt, wo der Team Chat natürlich ist. Äh, ja, ich habe mir heute mal wieder League of Legends runtergeladen, bzw. lehne gerade im Hintergrund runter. Und ich habe mir gedacht, gut, vielleicht kann man, vielleicht kann man da auch mal wieder was reißen. Ich habe das Spiel jetzt glaube ich locker ein, zwei Jahre nicht mehr angefasst und dachte mir, dass ich da vielleicht, ich meine, so schlecht kann ich da ja nicht geworden sein, lol. Gut, der hackt, der Cyrax, zumindest sieht es so aus. Gucken wir mal, ob er uns noch ein, zwei Mal tötet, falls ja, Gnade ihm Gott. Oh. Komm, jetzt haben wir gerade einen Killsakel. Ah, wir haben auf jeden Fall eingehittet. Ich weiß auch gar nicht, warum ich seitdem gar kein, äh, Call of Duty mehr gebracht habe, um ehrlich zu sein. Ach, jetzt sind sie doch von hinten noch schon gekommen. Aber ich habe noch ein Assist bekommen. Nicht wundern, ich bin echt nicht gut in diesem Spiel. Das ist schon einfach so lange her. Aber, was auch derbe nice ist, ja, ich habe letztes Wochenende, also, sprich ihr werdet das hier am Montag sehen, äh, ne, am Dienstag sehen. Und ich habe, und ich habe, äh, das Wochenende davor habe ich mal wieder ein Call of Duty Modern Warfare 2 für den PC rausgeholt. Äh, für die Playstation 3 rausgeholt. Und es hat einfach so verfickt Laune gemacht. Deswegen bin ich unter anderem auch darauf gekommen, jetzt mal wieder Modern Warfare zu spielen. Und an sich finde ich das Spiel ja auch derbe nice. Aber ich muss echt sagen, auf Konsole macht mir das deutlich mehr Spaß als auf dem PC. Einfach, weil auch die Hackerraten, also, die Hacker sind viel weniger auf der Konsole, weil es halt viel aufwendiger ist als auf dem PC. Beziehungsweise, ich glaube, wenn man auf der Playstation hackt, muss man auch irgendwie dafür ausgeben für Module oder die Jailbreak oder so. Das weiß ich leider nicht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ist auch gut, dass ich es nicht weiß. Weil daran sieht man, dass es mich nicht wirklich interessiert. Hä, Digga, wo ist der Typ? Fick diiiich! Ah! Ich pennen gerade echt. Ich merke das selbst, dass ich nicht wirklich nützlich bin hier. Aber da ist bestimmt einer, glaube ich. Oder war da ganz hinten. Oh! Dann kommt der von hinten, Alter! Was ist denn das für scheiß Dreck? Ich habe auch übrigens das Problem gelöst für meine Kontaktlinsen. Oh! Doppelabschluss! Na, wo seid ihr? Und ich wundere, ich spiele jetzt mal ein bisschen defensiver, weil ich keine Lust habe, wieder direkt zu sterben. Deswegen patrouliere ich jetzt einfach mal diese... Oh! Ruckler! Diese Fässer hier ab. Fuck! Aber, ey, Leute! Was geht? Wir haben eine Drohne rausgeholt. Immerhin etwas. Das Problem, was ich hier bei Call of Duty Water Warfare sehe, ist halt einfach, ich sehe... Äh, wir sind halt alle dieses... mittlerweile dieses schnelle Jetpack-Spiel... Wie ist der denn hinter mich gekommen? Diese schnelle Jetpack-Spiel gewohnt und... Also dieses schnelle Call of Duty mit Jetpack gewohnt und... Das ist halt einfach in Modern Warfare nicht mehr so der Fall. Deswegen gehen viele Leute rein, 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 weißt du? Und, äh, versteht ihr das? Und rennen halt rein und versuchen dann möglichst schnell möglichst viele Kids zu sehen, zu holen. Aber wir sehen uns... Ich denke mal, ja, sechs Minuten ist halt nicht ordentlich, ne? Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde nochmal, 12-12. Immerhin sind wir nicht negativ gegangen. Bis gleich! So, was ich vergessen habe zu sagen, war, wir spielen übrigens Team Deathmatch und jetzt gerade sind wir auf der Map. Wackend Team Deathmatch Das war eben schon lang gerannt Ja du Hundesohn, Alter, komm halt noch mehr Prefire um die Ecke Ich denk mal ich werde mich auf der Map hier eher so am Lagerhaus orientieren hier Ich finde hier kann man ganz gut Deckung haben, holen und Kann auch noch ganz gut abpatrouillieren Oh, ich hab nicht nachgeladen Oh nein, Alter, dann liegt da so eine verfickte Game War Ich muss merken, ich hab eben jetzt diesen Shader Cache Laden, das hab ich eben übersprungen Und ich muss merken, man merkt doch schon Dass hier Die Dateien nicht vorgeladen sind Dann ist er nach links gelaufen Wie heißt der Typ, Fleckenteufel Ich muss sagen, ich find das gar nicht so schlimm Da haben wir ihn Aber diese Ruckler, also ich weiß nicht Ich glaube nicht, dass da jetzt noch großartig Patches für dieses Spiel kommen Weil es ist einfach jetzt schon tot Aber es ist halt auch derbe schade Dass sie ein Spiel rausbringen und das dann so verkommen lassen An sich ist das halt ein cooles Spiel, ne Nur Haben die halt sich selbst verkackt irgendwie Oh Fuck Du Idiot Guckt euch an, wie das ruckelt Ich glaub, in der Aufnahme sieht man das gar nicht so Zumindest sieht's auf meinem zweiten Bildschirm echt flüssig aus Aber wenn ihr ruckelt, das ist übertrieben Ich hätte rechts rumgemusst Wie heißt der Freund Immer noch 5,5 Wir haben einen ganz guten Start Und jetzt nachgelassen Och man, du Ecken Hurensohn Vielleicht kommen wieder meine Nachbarn Alter hier draußen ruckelt das so und ich frag nicht Egal Ich hab ein I7 Ich hab ein fetten i7 Und Ne SSHD Festplatte Und 16 GB RAM Und eine 10,70 Grafikkarte Und Die Leute kriegen es nicht gebacken Ein Spiel Vernünftig dafür zu optimieren Ich glaub das einfach nicht Wenn er jetzt Digga, wie kann man denn in jeder Ecke chillen, Digga Du verfickter Eckencamper, Alter Und warum ruckelt das Scheißspiel so Ich versteh es nicht Also ich mach nix mit meinem PC Und es ruckelt einfach Es ist unglaublich Ihr seht das auf dem PC Ich komm auch bei mir auf dem Bildschirm ruckelt das Ich seh grad in der Aufnahme Das ruckelt kein Oder kein bisschen Sorry, ist schon ein bisschen übertrieben Aber es ruckelt in der Aufnahme kaum Also Ja, jetzt bin ich deswegen gestorben Aber Was ist das für eine Scheiße Es kann doch nicht sein, dass sie ein Spiel für 70 Euro rausbringen Was dann nicht Flüssig läuft Nur wenn man nicht eine Viertelstunde vorher wartet Versteht ihr, was ich mein? Das ist doch behindert, Digga Ich warte doch Wenn ich ein Computerspiel spiele Er startet Dann will ich es auch direkt danach spielen Und hier Und hier Und hier Müsst du erstmal diesen Shader Cache Diesen schwulen Scheißdreck Laden Damit das Spiel überhaupt flüssig läuft Das ergibt doch Digga Das ist Marketing vom Feinsten Das ist der letzte Scheiß Richtig lächerlich und minderwertig ist das Ah, verloren, alter Das fällt mir echt nix mehr ein Und dabei Sowas vergeht mir auch die Lust Weißt du? Wenn man ein Spiel spielt Wenn ich jetzt eine Dreiviertelstunde noch warten muss Bis dieser Shader Cache vollgeladen hat Dann habe ich doch gar keinen Bock mehr auf das Spiel Guckt euch das an, alter Wie er da headlitscht Und nur Aber falls euch das Video gefallen hat Und ihr euch freut Wenn ich mich aufrege Lasst einen Daumen nach oben da Call of Duty wird Auch weiterhin ab und zu kommen Aber ich denke mal Auch nicht so häufig Wie Rocket League, Rainbow Six Oder Resident Evil Aber ich denke auf jeden Fall dran Und in diesem Sinne Haut da rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ciao 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 종 clue 구 amp Ri, tam 余 road Howard 기로